Hey, ich muss mich mal bedanken, ganz doll bedanken, und zwar bei dem Christian, dem Christian aus Bremen, der bei YouTube unter Norgechrist zu finden ist und so gut wie jedes von meinen Videos kommentiert hat, vielen Dank. Bedanken möchte ich mich für ein Paket, er hat mir echt ein Paket geschickt, da hat einer gut zugehört. Ich war mal unterwegs und brauchte eine Telefonnummer, da habe ich bei mir in der Firma angerufen, bei unserem Frontdesk, bei unseren Damen vom Frontresen und die meinten, da ist ein Paket gekommen für dich mit deinem Namen drauf, und ich so, ja, ich habe aber nichts bestellt, was, keine Ahnung, und dann musste ich zweieinhalb Tage lang erstmal wieder nach Hause fahren, bevor ich dann gesehen habe, was für ein Paket das ist. Und was war drinnen? Zeitung, ohne Ende, Zeitung. Das hat mich richtig, richtig happy gemacht. Alle möglichen Zeitungen, hauptsächlich Fernfahrer aus verschiedenen Jahrgängen, Berufskraftfahrer, Verkehrsrundschau und ein Scania Werbeheft. Und was will der Künstler mir damit sagen? Soll ich mir jetzt ein Scania kaufen oder wie? Könnte man ja drüber nachdenken. Ja, auf jeden Fall, vielen, vielen Dank. Das hat mir echt Spaß gemacht. Ich habe schon zwei Hefte durchgelesen, ich komme leider nicht immer wirklich dazu. Jetzt zum Beispiel ist gerade so ein Zeitpunkt, ich habe mehrere Stunden Zeit, ich habe nichts mehr zu tun heute. Ich werde mir mindestens ein Heft reinziehen komplett. Da freue ich mich total drauf. Vielen Dank, Christian. Das war echt cool. Habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Zumal halt in die Firma, da muss man auch erstmal drauf kommen. Also nochmal, nochmal, nochmal. Vielen Dank, Christian. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jetzt ist es mal wieder so weit. Ja, ich weiß, der Kinnriemen hängt nicht richtig. Ich weiß, der Kinnriemen hängt nicht richtig. Ich bin in Austin Town, Ohio. Ungefähr 50, 60 Kilometer östlich von Cleveland, Ohio. Ich muss morgen in Cleveland einen Laden, meine zweite Ladestelle. Das Wetter ist schön und ich habe Zeit, dann dachte ich mal, ich tue mal ein bisschen was für mich. Es ist jetzt doch schon wieder fast zwei Wochen hier. Ich war ja dann erkältet und nach der Erkältung hatte ich jetzt ein paar Trips. Da war wirklich keine Zeit. Wir haben so ein bisschen dunkle Wolken über uns, aber es soll nicht regnen. Aber es soll nicht regnen. 10% Wahrscheinlichkeit. Und das ist echt ein schöner Bikeweg hier, ein Biketrail. Ab und zu mal ein bisschen was für die Bewegung tun. Weil, wie sagt da ein weiser Mann? Gesund ernähren und Sport treiben. Sagte ich weißer Mann? Ich meinte weißer Mann. 10% Wahrscheinlichkeit. Am Arsch. Es regnet. Der Mirko wird nass. Na toll. 10% Dammter Mist. Es scheint doch die Sonne. Mann, Mann, Mann. Ja, ja. Ja, ja. Ich bin ein Homebiker. Nach der Mutprobe fühle ich mich wie die vier Jungs. Filmquiz. Wie die vier Jungs, die nach Madrid gefahren sind. Das heißt Madrid. Ich habe das gegoogelt. Nach welcher Film. Mit diesem Sonnenuntergang mache ich dann Feierabend. Hier ist wieder so ein Spezialist, der seine Antennen so komisch hat. Was das immer bringen soll. Er funkt halt gerne mit dem Weltall. Oder mit Ameisen. Ja, ich habe da gelernt jetzt inzwischen. Erst abtrocknen, dann duschen gehen. Deswegen sitze ich hier noch und genieße die Ruhe. In die Stille eines Truckstops. Fahrradfahren ist anstrengend. Aber macht Spaß. Guten Morgen. Ein wunderschöner Morgen in Ohio. Ja, wird ein anstrengender Tag heute. Ich habe rein theoretisch vier Ladestellen. Und rein praktisch werde ich wahrscheinlich nicht alle davon schaffen. Weil die einfach mal insgesamt über 700 Kilometer auseinander liegen. Die erste Ladestelle ist 75 Kilometer weg. Und die nächsten sind dann nochmal einige weitere 100 Kilometer weg. Von daher werde ich heute nicht allzu viel schaffen, denke ich mal. Mal schauen. Aber manchmal klappt es ja. Die erste Ladestelle ist auch auf Google Maps zu sehen. So ein kleiner Hof. Bin ich sehr gespannt. Sammeltouren ist ja immer so, dass man die Kunden nicht unbedingt kennt. Wenn wir jetzt unsere Touren Richtung USA machen, dann haben wir meistens schon feste Kunden, wo man öfter war und was man so kennt. Und wenn wir jetzt Sammeltouren zurück machen, dann ist das oftmals, dass das irgendwelche neuen Kunden sind, die bloß mal so zwei, drei Paletten haben, die nicht regelmäßig was verschicken und so. Und da kann es halt passieren, dass auch mal so ein Dock ein bisschen kleiner ist oder die das gar nicht gewohnt sind, so einen großen Truck zu kriegen. Die kriegen dann normalerweise kleinere. Und dann heißt das immer, ja, wir haben hier immer Trucks drin. Kannst ruhig kommen. Hier kommen ständig Trucks. Und dann sind das alles so eine, in Deutschland würde man sagen, so eine 7,5 Tonne ab. So, falsche Adresse. Ja, ja, ja. Klasse. Jetzt bin ich richtig. Ich habe gerade mich angemeldet, soll da links in das Dock rein und während ich die Türen aufmache, passiert was. Es kommt einer und stellt sich da hin. Finde ich das gut? Ne, finde ich nicht gut. Zumal ja nicht wirklich viel Platz zum arrangieren ist. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das mache jetzt. Ach, Mann. Immer wieder was Neues. Kompliziert, kompliziert. Vorwärts an dem Dock habe ich auch noch nicht gehabt. Irgendwas ist hier komisch. Und schief am Dock stehen kann ich auch. Das habe ich aber absichtlich gemacht, weil der Kleine ja wahrscheinlich schneller raus ist als ich, damit er hier vorbeikommt. Ansonsten würde der da nämlich nicht durchkommen zwischen mir und dem Container. Und deswegen habe ich Platz gelassen. Deswegen stehe ich schief am Dock. So bin ich. Sieht echt beknackt aus, aber erfüllt seinen Zweck. Na, bin ich clever oder bin ich gut? Na Mensch, das ist doch mal richtig gut gelaufen. Gar nicht lange gedauert. Die Bahn haben nur drei Paletten. Jetzt geht es zum nächsten Kunden an Columbus. Das ist jetzt hier ein Vorort von Cleveland. Und ich fahre jetzt nach Columbus, Ohio. Ja, es ist schon ja richtig warm jetzt. 28 Grad. Sehr, sehr luftfeucht. Gibt es das überhaupt als Adjektiv? Luftfeucht? Ich meine, es gibt Luftfeuchtigkeit, aber gibt es auch Luftfeucht? Ja, es gibt Luftfeuchtigkeit. Auch sehr interessant. No turn on red except from right lane. Die ganz rechte Spur darf bei rechts abbiegen, bei rot. Und die Spur, wo ich jetzt stehe, nicht. Das ist ja auch nicht gerade nett. So, nächste Sekunde. Scheint gerade Mittagspause zu sein. Da muss man sich dann immer das Shipping und Receiving Office finden. Und das ist hier links, da ist eine Tür. Da steht er dran. Drivers Entrance steht auch dran. Hörner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, nachdem ich jetzt über eine halbe Stunde hier gewartet habe, weil die werte Dame vom Office Mittagspause gemacht hat, obwohl sie gesehen hat, dass ich hier angekommen bin. Jetzt ist erstmal schön in die Mittagspause gegangen. Muss ich jetzt warten. Und die rufen mich an, wenn sie eine Tür für mich frei haben. Da drüben zähle ich acht freie Türen. Und der Truck, der da steht, der ist gerade fertig mit Laden. Die haben quasi nichts zu tun. Aber ich soll im Truck warten, bis sie mich anrufen. So was gibt es auch immer wieder mal. Schwer beschäftigte Leute. Und heute im Angebot. Ranch Cop Salat mit Chicken Breast und Prime Rib einem Ei. Ein bisschen Tomate. Yum, 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 yum. Ach ja. Kurze Kommentarrunde, dann muss ich das nicht alles nachträgt euch nochmal schreiben. Spivo 1337 fragt, vermisst du Berlin nicht? Oder ob ich mal in einem Urlaub in Deutschland bin. Ja, na klar, in einem Urlaub bin ich hin und wieder mal in Deutschland. Sagen wir mal so, bis jetzt einmal im Jahr. Vermüsse ich Berlin? Nee, überhaupt nicht. Menschenmassen, Asphalt, Moloch, die Hitze in Berlin im Sommer, die Touristenmassen. Nee, nee. Ich fühle mich jetzt auf dem Land gerade ganz wohl. Großstadt möchte ich, glaube ich, nie wieder wohnen. Der Christian sagt, fest und flauschig sollte mich buchen. Das war sehr dicht am Original. Da habe ich schon mal eine andere Folge gehabt. Da klang das noch mehr nach Original. Ich weiß aber nicht mehr, wo das war. Irgendwo eine Eindöde von South Dakota. Oliver sagt, er ist vor kurzem ein Ami-Wohnwagen gefahren. Die fahren sich ganz gut, gehen hinten schön mit. Nur einen langen Arsch haben die. Ja, mein Wohnmobil, was ich im Urlaub hatte, das war auch hinten mit so einem 6,5 Meter gefühlten Radüberstand. Und da habe ich eine Situation, an die ich mich erinnere, an der Tankstelle. Da habe ich getankt und der hatte den Tank links. Ich stand also rechts neben einer Säule. Und dann war neben mir noch ein Pkw. Und als ich aus der Tankstelle rausgefahren bin, bin ich halt ganz langsam dann und habe geguckt, weil ich wusste, dass da ein Überstand ist, bin dann so links abgebogen und habe halt mit dem Überstand so ganz knapp den Pkw neben mir verfehlt. Also ich sage mal, im Spiegel gesehen so waren vielleicht so drei Zentimeter Platz. Da muss man echt aufpassen, wenn man da rangiert. Ja, die Lichter sind soweit ganz gut angekommen. In meinem Truck Affoniert SchrottLP fragt, gibt es an den Trucks kein Wischwasser, um mit den Düsen die Scheiben sauber zu machen? Natürlich gibt es auch Wischwasser. Der Behälter fest eine Gallone, das sind 3,8 Liter. 3,78 um genau zu sein. Aber wenn so viele Mücken den ganzen Tag auf einen einprallen, das macht überhaupt keinen Sinn, die Scheibe sauber zu machen. Erstens mal, momentan sind meine Wischer nicht mehr ganz so gut. Ich bräuchte mal neue, aber selbst mit nagelneuen, du wischst dich dumm und dusselig am Tag. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also du füllst da, weiß ich nicht, zwei Gallonen am Tag rein, ganz locker. Von daher lasse ich es einfach und mache es dann halt an Truckstops oder abends dann. Oder wenn ich mal eine längere Pause habe und gar nichts mehr sehe, dann kann ich so mal wischen. Ich habe auch schon mal angehalten, nur um die Scheibe sauber zu machen, weil es so schlimm war. Das ist dann meistens im Sommer in Kanada, da ist es richtig extrem. Wischwasser gibt es, aber es macht überhaupt keinen Sinn. Und die ersten Momente, wenn du Wischwasser über eine Mücke ziehst, das schliert alles nur. Dann siehst du da ewig noch weniger. Dann musst du hier zwei Minuten lang den Knopf festhalten, damit da dann irgendwann mal was siehst. Macht keinen Sinn. Ich habe gehört, dass man sich für Handys auch Hüllen kaufen kann, damit die nicht so schnell kaputt gehen. Ja, ja. Wie ihr seht, das neue Handy hat auch noch keine Hülle. Es ist alles in Arbeit. Ich habe die mir bestellen lassen und hole die wahrscheinlich morgen ab. Bei meinen Kumpels Matthias und Mark in Indiana. Ja, und dann fragt Tim L. Fragt noch, wie ich den neuen Volvo VNL finde. Ja, da muss ich mal sagen, der gefällt mir leider auch. Die alten Volvos, die ich bis jetzt so gefahren bin, das heißt alt, bis zu diesem Baujahr, im Prinzip bis dieses Jahr, die haben mir nicht so gut gefallen, weil das Armaturenbrett und das ganze Innere alles so Volvo aus dem Jahr 2000 aus Europa ist. Also wirklich uralt. Und mir gefällt im Allgemeinen dieses weiche Fahrverhalten von dem Volvo nicht so gut. Der liegt so auf der Straße oder durch diese ganze Airride-Federung, der ist so, du bist die ganze Zeit nur am Hin- und Herschwanken. Wenn du richtig starke Seitenwinde hast, und das hast du öfter mal auf freien, großen Flächen, Iowa, Südakota, Norddakota, da gibt es regelmäßig richtig starke Seitenwinde, der steht einfach schief dann. Die ganze Kabine, die ganze Kabine, steht einfach schräg im Wind. Und das ist richtig extrem. Man sieht es immer sehr gut, wenn man am Spiegel seinen eigenen Trailer sieht. Der Trailer steht schon noch halbwegs gerade und die Kabine ist dann einfach mal so in einem Winkel von, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Grad. Das finde ich schon ganz schön anstrengend. Und wenn mal, der Wind ist ja selten konstant auf der Seite, da gibt es ja immer Böen, und wenn der dann wieder nachlässt, dann wackelt er halt wieder zurück. Und du bist die ganze Zeit nur am Wackeln. Ansonsten der neue Volvo, was ich bis jetzt so auf YouTube gesehen habe, die haben endlich mal das Cockpit ein bisschen schöner gemacht. Der hat das Lenkrad von den FH-Volvos, von den europäischen, das gefällt mir besser. Leider hat er immer noch einen Großteil der Schalter am Armaturenbrett, immer noch der alte Stand vom, weiß ich nicht, vor dem Zweiten Weltkrieg oder so, keine Ahnung, also uralte Technik drin. Das Display ist ein bisschen schöner gemacht worden. Das ist so eine Mischung aus dem europäischen und dem alten Volvo. Das ist irgendwie was ganz eigenes. Jetzt ruft die Fahrer an. Ja, jetzt ist mein Dock fertig. Ich habe leider auf leise gestellt. Sonst könnte ich euch jetzt den Klingelton zeigen. Yes, hello? Tür Nummer 4, thank you. Tür Nummer 4, dann wollen wir mal. Ein anderer Truckstopp diesmal, und zwar ein Pilot Truckstopp in Fort Wayne, Indiana und eine völlig andere Dusche. Finde ich aber gar nicht mal so schlecht. Das ist mal ein bisschen ein anderer Bauart. Aber nicht verkehrt. Handtücher gibt es auch immer dazu. Das ist was normal. Ja, den Rest zeige ich euch gleich. Ja, den Rest zeige ich euch gleich. Das ist alles gut. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist ein ausgewiesener Quiet Room, also ein ganz ruhiger Raum, ist nichts weiter außer Ruhe, hier kann ich mich ganz in Ruhe zurücklehnen und Videos bearbeiten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020